Komm schon, komm schon Ja Willkommen wieder zurück zu einem, ähm, ja Was ist denn zu meinem 100-Abo-Special? Ja, und vor kurzer Zeit, vor ein paar Tagen, habe ich es wirklich dann geschafft Meine 100-Abonnenten Das war so, ich war so lange dran Und ich habe wirklich, ich hätte nie gedacht, also nie gedacht Ich habe, als ich angefangen habe zu Let's Playen, dachte ich Komm, 10-Abonnenten schaffst du mir, ne Aber jetzt habe ich 100-Abonnenten geknackt Und ich bekomme ja auch immer wieder mehr und mehr Und das freut mich ja immer mehr und mehr und mehr Und ich finde das genial Also ich wollte mich ganz, ganz, ganz fest bei euch bedanken Denn ihr seid einfach Hammer Ja, ja, ich finde es so cool, wie ihr euch einfach so viel Mühe gebt Und euch die Zeit nehmt, meine scheiß Videos zu schauen Also, ja, diese Drecksvideos da irgendwo in meinem Kanal, die da rumlungern Ich finde es wirklich schön, dass ihr das macht Und es macht mir auch wirklich sehr viel Spaß, wenn ihr das so tut Und, naja, dafür, für dieses Special habe ich mir gedacht Mache ich jetzt mal einfach ein Best-of der kürzlich hochgeladenen Videos Also der eher neueren Videos Der eher, nein, wie, ja Der eher neueren Videos Glaube ich, so was ist es Ähm, und ja Und, naja, ich will jetzt eigentlich gar nicht so groß rumschwatzen Wie weiß nicht was Ähm, deshalb würde ich sagen Ich hoffe, euch gefällt das Best-of Ich habe mir wirklich sehr viel Zeit dafür genommen Und wollte eigentlich sehr viel dafür tun und so Keine Ahnung Ich hoffe, euch gefällt Und wenigstens lacht ihr ein bisschen vielleicht Mal schauen Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen Und ich wollte mich noch ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken Weil ihr seid wirklich hammergeil Macht weiter so Danke und viel Spaß So Ach, schon Hämstenslern und so Naja, ähm Okay, dann sage ich einfach mal die Ansage an Und so Ja, Mann Okay Egal, also Ich mache das mal, okay Ähm Scheiße Hallo, werde nicht so verkehrt Okay Ähm Hallo Hallöchen und willkommen wieder direkt zu einem weiteren Part von Minecraft Und yes Ähm Ich habe keine Ahnung, was wir gerade hier tun Sollen Dings kacken, furzen und scheißen Ähm Wir fackeln Wir haben keine Fackeln Sollen wir weitergehen ohne fackeln? Ich weiß nicht, ob wir Ich kann nur sein, dass ich im letzten Part gesagt habe Los, im nächsten Part gehe ich Fackeln holen Und jetzt sage ich Nein, jetzt machen wir weiter hier So Und dann können wir schön hochspringen eigentlich Das finde ich sehr cool Natürlich Gravitation Oder so was Oder Gravität Äh, keine Ahnung So Also Gravity Hä, w-w-w-w-was labert der? Die kommen durch unsere Barrikaden Und man hat drei Leben Und wenn man die verliert, ist man tot Wer hat's gedacht Äh Und man kann Items kaufen Und Geh da Okay Oh mein Gott 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 Meine Jemanden Ich will sie Ich will sie heiraten Oh mein Gott Und sogar ziemlich viele davon Oh mein Gott Oh mein Gott Warum verbrennen wir alles? Tschüss Brazen You will leave this place Halt die Fretze Hilfe Oh mein Gott Ich sterbe hier Wenn ich sterbe Oder Was wir auch machen können Ist einfach uns zubauen Tada Und schon Kann er uns nicht mehr tun Cool wird So Ich verstehe Ich verstehe So Noch mehr Lava Noch mehr Diamant Oh Gott So Oh fuck Scheiße Ich werde sowas von sterben Haia Komm 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 Ab Nein Weiter Mach mal Spring Spring Ab Gott Ich springe auch Nein 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 Springe nicht Geh weg Oh verdammt Scheiße Nichts ist hier drin Okay Oh fuck Man kann sich in Türen einsperren Das ist auch ganz witzig So Hier kann man sitzen Hui Cool was Hallo Zombie Blub 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 Oh Gott Leute So lange haben wir gesucht nach Diamanten Okay So lange ist auch wieder nicht Aber trotzdem So lange man Das waren sicher 20 Minuten Haha Blub Ich glaube das Vögelchen mag mich nicht So Okay Nein Eigentlich Nicht Nein Andeutig Blub So Ich will das Diamantschwert Aber ich habe wenigstens meine Bogen bekommen Yay Das heißt Irgendwann funktioniert es schon Irgendwann Irgendwann bekomme ich es dann Wenn ich gerade sterbe Boom Bekomme Oh Ist jetzt weg Okay Bauen wir einfach mal weiter hier Nach vorne Hinten Anal Vertikal Was Eisen Hüi So Oh Gott Dann haben wir noch 20.000 Kohle Stückchen hier Und Fuck Wir sind aufgeschmissen Blub werden wir noch lange hey warte mal war es nicht da halt die fresse telefon so viele gegner zu viele gegner das sieht aus wie eine schildkröte genau machst du die ganze zeit schildkröten oder was soll ich die barrikade fixen ja ja das kostet ja zehn level ach so sag mal warum geht das so weiter danke das ist ja richtig geil egal dann zerstör ich sie halt wollen wir uns das dritte überhaupt ansehen von der von der rückseite das sieht das aus wie eine toilette oder so ja das ist sehr gut gelohnt also ich muss schon sagen ich muss sagen äh der klo decke den klo decke hast du offen gelassen hallo hallo bin ich gut mein hund ja ich sterb hier sonst noch das ist ja voll kacke und ich spring daneben füge dich so wir werden sowieso sterben gerade ich glaube das ist ein monster oh ja tschüss ich flüchte hahaha bin ich gut hallo hallo nein vor allem das kann man auch überspringen so naja boom achso boom oh boom boom too viel boom holl perfekt danke für oh fuck aufwägt aufwägt dich ach du scheiße ja das ist meine lichterkette also ähm ich habe sie gleich um ein ast gewickelt also das soll so ein tannenbaum ast sein das grüne achso das wäre ein grüner scheißhaufen ne 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 so eine fantasie musst du schon haben ja und tschüss Jaaa Jaaa Oh, willst du mich verraschen, man? Ähm Oh Mist, what the... Oh, scheiße Oh, oh Oh Na, na, das wollte ich natürlich gar nicht Man Oh mein Ah 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 Oh mein Oh mein Oh mein Gott Fick dich Ah Okay Hup Beim letzten Sprung Warum sind diese Treppen seltsam gerichtet? Versteh ich nicht Egal So Nein, nicht egal Egal Jaaa Hup Ah Ah Aber es hat eine Mütze auf Ja Hup Ok Sieht aus wie Autoscheinwerfer hier Oh Hup 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 und hopp so dann äh hopseln wir weiter wir müssen schon hier rauf ne hopp oh mann oh ich will das aktivieren fuck you ok hopp oh mann weg dich fuck scheiße mann ich hasse dich warum lauf ich in die richtung last try natürlich von hier so fick dich fick dich fick dich ich schaff das nicht ich pack es nicht oh mann ich hasse dich du blöds mischel oh fuck heilige mutter ich glaube das war nicht so cool ich hab den apfel ja ok dann gehen wir rein Diktator seit wann bist du der Fiktator oh ich hab's kaputt gemacht was bin ich der Fiktator da mal da hinten komm schon komm schon oh mann oh ah nee ah nee oh fuck you warum schlage ich mit meinem Bogen was das furz warum das ist doch viel zu schwierig aus äh Sir Zeroes blablabla bla 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 so perfekt das sieht auch schön aus ich finde es ist ich finde es schön doch ach das ist total cool wenn das noch ein bisschen seltsam ist egal okay Zeros du schaffst das du schaffst das du schaffst das schaffst das Zeros du bist du bist just tschüss warte mal und tschüss hoi und tschüss Das war's für heute.